Saubere Luft für Industrie, Haus und Gewerbe. Dafür steht M&R Filtermedien in Wandlitz. Wir stellen Luftfilter her aus synthetischen Medien, ca. mit 12% recycelten Material versehen. Wir brauchen ein weißes Material. Mehr an recycelten Material geht in diesem Medium eigentlich nicht. Bis zu 80% wären bei speziellen Anwendungen möglich. Bei den Rahmen sogar bis zu 90%. Unsere Filter werden aus PET-Materialien hergestellt und das waren vorher ganz normale Wasserflaschen. Nach der Nutzung können die Filter rückstandslos verbrannt werden und liefern so noch einmal Heizemekten. Der Wettbewerbsvorteil liegt schon darin, dass man nicht unbedingt einen Preisvorteil hat, den man an den Kunden weitergeben kann. Aber zumindest kann man damit werben. Und wir wollen das natürlich auch. Werben wollen die Wandlitzer zudem in eigener Sache. Denn sie haben selbst Kunststoffreste, für die sich leider bisher niemand interessiert. Wir brauchen ein Unternehmen, das auch relativ kleine Mengen uns abnimmt. Möglichst kostenneutral. Das ist der Abfall von drei Tagen. Wir suchen ein Unternehmen, das diese Abfälle recycelt und dem Wirtschaftskreislauf wieder zuführt.